jo hallo zusammen das wird nur noch mal wieder eine ganz kurze ankündigung zu einem geplanten messertausch video wie es ja bei mir schon mal eins gab ich habe hier einfach wieder ein paar messerchen gefunden die bei mir doch wieder nur in der schublade rumliegen was sie überhaupt nicht verdienen und da werde ich dann noch mal ein video dazu drehen wie ich die also wo ich sie euch alle doch mal ganz kurz vorstelle und euch dann sage was ich da gerne so eingetauscht hätte ihr seht traditionelles und nicht traditionelles und wie auch immer da kommen vielleicht auch noch ein paar dazu ich muss noch mal genauer nachgucken wollte nur noch mal kurz im vornherein sagen sollte jemand interesse haben es wird bald wieder ein messer vertausch video von mir geben und ja dann sage ich bis dahin und tschüss